Servus meine Freunde. Heute habe ich ein kleines Lost Place. Na gut teilweise Lost Place kann man es nicht sagen. Es wird auch teilweise wieder verwendet. So aber erstes mal Entschuldigung dass ich jetzt die letzten Tage, über die letzten Wochen keine Videos hochgeladen habe. Ich hatte einfach keine Zeit dafür gehabt. Weil ich mich und meine Tochter kümmern musste. Ich war krank gewesen. Da ging mir die ganze Zeit alles flirten. Wenn ich euch die Videos hochlade sind die immer sehr aktuell. Ich habe noch einige Videos fertig aber die wollte ich euch bis jetzt noch nicht zeigen. Weil ich mir sage das lohnt sich noch nicht. Wie gesagt auch die sogenannten Reviews möchte ich erst mal nicht machen. Sondern erst mal was anderes. Also die Lost Place. So und heute haben wir halt hier dieses Lost Place. So genanntes Lost Place. Es wird ja noch teilweise verwendet. Und zwar handelt es sich hier um ein Heeres Tanklager. Das habe ich aus Informationen bekommen. Und bei diesem Heeres Tanklager soll auch wohl angeblich ein geheimer Bunker sein. Was ist das? Auf jeden Fall ist hier auf jeden Fall was gewesen. Ich muss aufpassen. Hier hängt über der Stahl. Guckt ja was. Fass vom Esszoll schlagen. Kann man gerade umbauen. Echt jetzt? Zumindest ist der Erste. Hier haben wir das Guseifernuss gefunden. Ich bin jetzt hier schon ein Stück in den Wald reingelaufen. Weil angeblich wirklich nicht mehr viel da sein soll. Ich weiß nicht ob das hier gerade mitten im Wald gerade drin kann. Ich weiß nicht ob man es sehen kann. Also hier muss man auch irgendwas geständen haben. Wir sind hier mitten im tiefen Wald drin. Gehen wir noch ein Stück weiter. Ja genau jetzt kommt hier diese A2 hin. Jetzt muss das Ganze wieder alles anfangen. Oh ja da hinten. Seht ihr es? Hier liegen Betonbruchstücken umher. Wie geht man da rein? Was ist denn das? Wie sieht man was das ist? Kanalisation? Keine Ahnung. Oh das ist jetzt noch nicht so interessant. Vielleicht mal ein Stück weiter. Ich glaube da bist du dann bekraben wenn du da reinfilzt und die Dinger sich bewegen. Hey Jesus. Das war ein Akku leer gewesen. Tut mir etwas leid. Auf jeden Fall ist hier auf jeden Fall was gewesen. Ich versuche es noch zu pumpen. Ich muss da aufpassen. Hier hängt über der Steig. Gut schon was. Ich würde sagen wir hier noch mal aus. Und hier bin ich so zupa. Das ist so schön. Hier ist irgendwo ein Rohr gewesen Ah, man hört es, es ist Herbst Blätter fallen auf dem Baum Man denkt immer gleich, irgendwelche Tiere laufen hier lang Oh, klasse Bild Echt klasse das Bild Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt Wahnsinn Da geht es irgendwo noch tief oder? Ich würde das mal interessieren Kommt man hier am blödesten rein Also es liegt hier mittlerweile so viel daub Man muss hier aufpassen, dass man nicht irgendwo noch auf irgendein Stallteil treten tut und das sich vielleicht noch durch die Schuhe haut Aber jetzt Schuhe habe ich hierfür jetzt auch nicht Sieht natürlich, wie sie das weggesprengt haben Hier hinten noch Stahlträger alte Rohrleitern Stahlträger Das haben sie damals alles demontiert Und damals Aber was mich so Was ich mich so frage Warum sieht denn das da aus, als ob da so umfasst Licht Das gucken wir uns jetzt mal genauer an Wir müssen ein wenig da runter Hm Das ist ganz komisch Ich verstehe das gerade gar nicht Ehrlich gesagt Leute Oh Oh Fast vom Astfall schlagen Komm mal Gerade oben Ja was ich absolut nicht verstehe Kommt sowas nicht eigentlich nur in Höhlen vor und nicht jetzt hier so direkt eigentlich so an Beton Das ist ja noch Stahlokiten Das ist ja noch Stahlokiten Mit der Schlampe machen wir auch was rein Gucken Was geht jetzt? Stahlokiten kommen da eigentlich nur Und ein Stallokiten auch noch Und ein Stallokiten auch noch Der scheiß Ast eben Das ist weit mehr daneben hier Da kann es leider nicht rekonstruieren was hier für Was hier damals war Oh ich geh jetzt hier mal ein Stück runter Aber heute innen zu dem Tank Da muss ich mich erstmal auf Zecken untersuchen Und ganz ehrlich Das klappt mir kein Schwein Ich habe hier 15 Kilometer weiter entfernt früher gewohnt Seit über 20 Jahren Und ich wusste nicht dass hier sowas ist Gut mir hat es wahrscheinlich auch noch mal erzählt Aber selbst wo ich jetzt hier in die Nähe gezogen bin Wirklich auf einem Kilometer Nähe dran Ich habe es erst Erst kurz vorher erfahren Vor zwei Tagen oder so Ich weiß nicht Ihr seht bestimmt nicht gerade sehr viel Ich gehe jetzt langsam runter Da muss man ja wirklich aufpassen wo man hinläuft Ei Das ist aber noch eine Ahnung Wo wo wir hier noch ein zweiter bin ich dem Ahnung Hier sind wieder diese Stalaktiten Und Miet zusammen Nein Ehrlich gesagt Aber ehrlich gesagt Ist das sogar warm Klärt mich mal bitte auf Wenn da einer ein bisschen Erfahrung hat Das auch irgendwo anders auch kommt Also man muss nicht direkt unbedingt in so einer tiefen Höhle sein Hier sieht man wie das alles weg springt wo man sich sieht So steigt So steigt Ist nochmal gebrochen Wir gehen jetzt erstmal weiter Hier gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen Zumindest laut meinem Lageplan den ich habe Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt Also wo wir jetzt waren Das war ein sogenannter Notbehälter Ich weiß nicht Für was ist denn ein Notbehälter bitte Klett mich mal bitte auf Schreibt es mal in die Kommentare Was ist das? Ich hätte glaube ich den weit printen bleiben sollen Könnt ihr das sehen? Das andere war irgendwas mit Beton Kann ich hier irgendwo rein? Weil diese Anlage hatte auch Hier geht weg gerade Diese Anlage hatte auch mal Einen sogenannten Eisenbahnanschluss Wurde damals bei den Nazi Zeiten Hitlerzeiten Wurde man so sagen Nazi Zeiten Das ist am Ende natürlich dasselbe Ich komm hier rein Ich komm hier rein Oh Stiefel verschrieben Das war ein Kanisterlager Einmal Ein Kanisterlager war das Und so eins kriegen wir Kommt dann nochmal Wenn wir dann da sind Bei den zweiten Kanisterlager Da müssen dann auch irgendwelche Öltanks anfangen Jetzt sind wir hier bei den zweiten Kanisterlager Aber wir gehen jetzt noch ein Stückchen weiter rein Also nicht jetzt hier rein Es ist nur Einfach nur ein Lager gewesen Hier vorne sieht es aus als ob hier auch ein riesen Loch ist Oder sowas Hat eine komische Form Da ist ein Loch Warte, da ist ein Loch Ach toll Ach toll Ach toll Ach toll Echt jetzt Echt jetzt Ist nicht euer Ernst Das sieht so aus Als ob sie die Dinger aufgeschraubt haben und haben sie verfüllt Zumindest der erste Scheinbar haben wir jetzt den zweiten schon gefunden So ist das Aber da ist auch ein Loch drin Wir haben hier ein Loch Aber wie ihr erwähnen könnt Ist das auch schon ein Loch verfällt Nummer 3 ist auch ein Fail Ich habe ja erwähnt Teilweise wird dieses Gelände hier noch genutzt von DAW Hier hat man um gerade irgendwo ein Elikopter im Herzen Aber ich wüsste gar nicht, dass ein DAW extra Landeplätze da drin hat Kann ich mir gar nicht vorstellen Hier sind überall Fahrspuren drin Wo man so ein bisschen erkennen kann Und wenn die ganzen Teile zugeschüttet sind Ja 600m³ Das ist auch schon eine Hausnummer Um da alles zu verfüllen Und das auf 12 Mal Wir sind bei 4 Zumindest ist hier kein Loch irgendwo drin Mir geht aber gerade ein bisschen die Pumpe aus Ich habe nicht genug zu trinken abgenommen Verdammt Hier wird der Rucksack Ja ich habe hier jetzt mal einen Rucksack Von ehemalig von der Bundeswehr Aber Da ist das ganze Klettersachen drin Und ich sage euch Finde ich jetzt hier irgendwo noch ein Teil Wo man reingehen könnte Beziehungsweise sich von oben abseilen kann In dieses 600m³ große Teil Dann nehmen wir das Klettersachen und gehen da rein Dann mache ich auf jeden Fall für euch einen 2-Tailer draus Aua! Das werden wir erst sehen Am Ende des Videos Ich hoffe dass ich zum Ende komme Ansonsten muss ich einen 2-Tailer machen Das Gelände ist so groß Der 5. hat sich nicht gelohnt Jetzt bin ich hier bei der 6. Hier haben wir noch einen Umquetscher Das sind auf jeden Fall unquetscher Leitungen mal langgegangen Das 6. lohnt sich eigentlich im Endeffekt auch nicht Da ist zumindest noch ein Loch Und das Loch sagt mir das ist zu Hier habe ich noch ein Kuss Hier habe ich noch ein Kuss Hier habe ich noch ein Kuss gefunden Sieht aus als ob man noch irgendwelche Sicherungen oder irgendwas draufgepackt hat Hier irgendwie eine Ahnung ob das das sein hätte können Ich versuche es euch mal ein bisschen zu zeigen Aber ich tropf hier ein Schwein Schreibt es mir nicht mal ein paar Tage aus Wenn man weiß was das ist Leute Sein Mann gehören hier Traktorreifen rein Ich muss hier mal im Internet recherchieren Wie muss die Dinger ausgesehen haben Ob die jetzt nur nach oben gestanden haben Oder ob die einfach nur nach unten verfüllt wurden Ich weiß es nicht Wenn ihr wisst wie immer so ein Tanklager oder irgendwas ausgesehen hat Schreibt es mal bitte in die Kommentare Oder gib mir mal einen Link oder sowas Oder schreibt mich persönlich an Schreibt es mir per E-Mail oder sonst irgendwas Ich würde das gerne mal wissen Ob die jetzt so hoch gebaut wurden Es ist für mich schlussfolgerisch eigentlich Ich verstehe das nicht warum da diese riesen Betonwand da reingesetzt wurde Ahja Es lohnt sich nicht wirklich Es ist auch wieder so ein Teil Erkennt man nicht mehr viel Aber ich weiß nicht ob ihr das schon im Hinterkant gesehen habt Hier ist wie so ein Terwege Testgeländer Ich will jetzt gar nicht so dicht da drinnen gehen Ich will gar nicht die Aufmerksam machen Aber ich habe hier drüben noch was anderes gefunden Ja das Video ist mittlerweile schon über 16 Minuten lang Und das Gelände war auch sehr groß gewesen Und ich würde sagen wir machen einfach nochmal einen Zweitaler draus Einen kleinen Vorsprang zeige ich euch jetzt noch Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende Also ein Restwochenende und einen schönen Sonntag Einen schönen Sonntag einfach Bis demnächst Ich weiß nicht, seht ihr es? Ein bisschen Kinderbett Überholungsheim für Kinder gewesen sein Dicke Spinne Wenn man sieht wie tief das geht Wenn man sieht wie tief das geht Wenn man sieht wie tief das geht Sieht aus wie ein Tank Aber das geht Acht Entfernen 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 Einen Einen Entfernen